Ich bin eine in Tirol lebende Oberösterreicherin, Mama von zwei Jungs und meistens bin ich trabig. Live mitmachen oder nachschauen, spannende Themen in einer Stunde auf den Punkt gebracht. Als Gastgeberin bereite ich im Vorfeld die Co-Location vor, begrüße die Gäste und werde die Referentin und den Referenten bestmöglich im Hintergrund unterstützen. Sollte ich während einer Li-Lecture mal Internetprobleme haben, dann bin ich mal gestresst. Das auf alle Fälle, werde aber dann mein Handy zücken, einen Hotspot machen, so schnell als möglich zur Nachbarin gehen, die hat nämlich eine Glasfaserleitung und sollte die nicht daheim sein, dann denke ich, werde ich dann einen Hilferuf in der Co-Mode WhatsApp-Gruppe absetzen und ich bin mir sicher, dieses Team wird mich dann unterstützen.